S5 ist richtig ranzig, Alter. Auch vom Design schon, Alter. S5 Ist halt das S4. Anders. Wow! Alter, ich trau mal. Alter Martin, Alter. Hm? Ach nee. Marty, Alter. Martin. Martin. Nee, was ist das denn? Jetzt neu. Garrix von Martin und Martin von Garrix. Humor 100, Alter. Humor 100, Alter. Mach mal ne Bohrung, Leute. Bohrung, Alter. Das ist der Schiebaukurs, ne? Überall. Echt? Du hast irgendwo noch Bohrung, Leute. Wir haben keine Rohstoffzellen. Wir haben erstmal nichts in die Luft. Du schreibst halt irgendwelche Kreisfunktionen. Ah, das könnte ja zum Beispiel ne Bohrung sein. Ja, natürlich. Ich mach meine Bohrung auch nicht in CAD, sondern über Kreisfunktion. Ich mein ne Bohrung nicht in Real Life, sondern irgendwelche Funktionen. Ja, natürlich. Meine Bohrung, Leute. Du sitzt um... Auch... Erste... Erste Tage von... Erste... Erste Einladung von Zollwork, so. Du machst halt... Würfel, die ja mit nem... Kais... Aus... Ja... Bohrung hier reinmachen würde. Ja, okay. Was ist das? Was ist das? Puh... Dann haben wir die Bohrung hier. Die Bohrung. Die Bohrung. Da haben wir uns Obda angeguckt. Obda ist geil, Alter. Sind sie auch immer Obda, Friede? Obda? Obda. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Achso, das... Obda. Ja, ne, das... Das... Ach das? Daher? Also die Obdachlosen? Ja, ist echt so, Alter. Ohne... Ohne Beachtung der Aufgabenstellung. Das mach ich, Alter. Ohne Beachtung der Auf... Hab ich... Bruder, keine Zeit, Alter. Was? Wasserabnehmen reinrufen. Oder du hättest einfach an deine Kopfhörer so, dass sie bei uns hier auf TS... live miterleben darf, wie Wasser... Miterleben darf. Wie wert wir sind, oder? Ja, genau, oder? Rechtsanleute. Das hatten wir doch gar nicht gehabt. Rechtsanleute. 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 Aufsteh. Rechtsanleute. Rechtsanleute. Das ist ja total rechts, Alter. Wo ist der Unterschied? Weiß ich nicht. Zeigst du's mir. Komm und du hätt tief gesetzt. Du darfst es vertauschen, wie du lustig bist. Du addierst es ja. Ja, du musst aber erst beweisen, dass es gilt. Sollte ich eigentlich mal... Sollte ich eigentlich... Zurückrufen? Ja. Und... Erst bitte, danke. Ich möchte, dass du sie begrüßt mit Ich habe Hunger und ich finde, das sollst du wissen. Ja! Sollst du machen was? Ja! Ja! Unlucky, oder? Also... Du kannst natürlich auch anrufen und sagen, bitte raudersche Barbie-Puppen. Ist auch... Ist auch gut, ja. Aber... Oder... Du gehörst einfach nur einen Monat oder immer rein. Und dann kann ich nicht mehr gehen. Aber ich kann jetzt nicht mehr gehen. Wie für den nächsten Monat hier an? Ha! 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 Das war zu sein Ende. Das war für dich komplett. Das war für dich komplett. Aua, mein... Meinst du, meinst du, meinst du, meinst du, meinst du... Hä? YouTube wird gelöscht, Leute, wisst du das? Ja. Wohl. 100%. Nein. Ne, also ohne Spaß dazu, also... Indirekt wird YouTube... Nein? Nein. Wieso nicht? Weil ich das sage. Das ist genau die Definition, die wir fassen. Was ist eine Indexmenge? Also, sagst du Index... Und Mengen. Indexen? Ne, also... Die Indexmenge heißt einfach, du nummerierst sie durch. Ne Unter... Ne Unterart der Eidechse, ne? oder ich... Hhmada. holding das kalten Feldoir... ё-haha. Die Index ist bei... Was ist denn lustig, Alter? Drogenmissbrauch. Das ist auch lustig, oder? Ok. So ganz drogen. Achtung, ja, externic oder... Achtung! Achtung! Haha! Ich bin natürlich nichts aufzutrinken, oder? Darunter rennen. Rennen. Ja, zu rinden. Rennen liegt ripprunt. Alter, es lädt ja Ewigkeiten um euch zu sehr. Okay, ich mach einfach einen Drink auf. Oh! Und was machst du dir auf? Die Hose. Wow. Vor allen Dingen... Ich krieg keinen, ne? Oh shit, das hat... Ein bisschen wenig Leben, Matze. Ich hol mir mal einen neuen Panzer. Ja, ich auch. Gefühlt keinen Schaden genommen, aber... Nee, ich hab Schaden genommen. Ich hab's weggedrückt. Kleiner roter Traktor. Die war bekannt. Ja, Janik, du musst... leider aussteigen. Würdest du mal meinen Panzer in Ruhe lassen? Ja, natürlich. Ja, Janik. Ich weiß nicht, dein Panzer nimmt... Schaden, solange du Energie bist. Komisch! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, bei dem kommst du nicht weit. Ah ne, der hätte schon viel Schaden gefressen. Den will ich nicht. Der ist mir zu blöd. Den will ich echt nicht haben. Haben wir eigentlich... noch einen Panzer? Du stellst Fragen. Äh, wir hätten den Panzer gebraucht, Janik! Ich hab mich hinten mal aufgeräumt, während du durchgewandt bist, ne? Ach, sind schon alle tot? Ja, natürlich sind alle tot. Ähm... Sieht nur die ganze Zeit, die Kanone hoch und... Äh... Sieht ja aber cool aus, finde ich. Mach du mal. Äh... Äh, äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Warte rein kurz? Das war die höchste Mose für die ganze Zeit. Einfach eine fucking Seach den Panzer! Uуюgh... Was... Lass mal 9 holen. Ja. naja mal zurück folgen follow for follow like for like you know just same person stuff da hast du erfahrung mit oder was billige ausreden was müssen sie denken wir müssen in flugzeugträger die reaktion Fuckin... Dann, doch, get serious! Fuckin... NANI?! Fuckin... NANI?! Fuckin... NANI?! You need... ...to shut... ...the fuck... ...up! LMG! You're the last one! What the fuck is doing to my mom?! NANI?! Dum dum dum... Hello? You're the last one! Hello there? You're the last one! You're the last one! You're the last one! ... ... ... ... ... Alter, mach! Ich weiß nicht, was denn effiges ist. Deine Tastatur oder der Soundbomb! Hahahaha 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 What? What? What are you doing in my swamp?! ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, das ist ja fast immer als World War 3. Details, Freunde, melden. Spieler melden. Freund melden. Erstmal melden. Wo bist du, Yannick? Oben. Oben, wo ist oben? Oh Gott, da oben. Und? Ich hab den letzten Sprung gefällt. Oh! Gah! Nein! Ähm. Bist du reingefallen. Watzu. Nein. Ein Witz, oder? Nein. Joach, da. Kannst du da stehen. Yay! Ähm. Ich komm nicht mehr. I'm out. Ich hätte zwar eben gerade wieder respawnen können, aber... Ach, und ich hoff für mich. Du bist tot. Ähm. Warum? Warum? Es hört sich nach einer schlechten Idee an, in den Stahl zu laufen, aber eine bessere haben. Warum? Warum? Wuh. 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 Okay. Du tanzt. Ja. Hey, na. Wow, ich sterbe erstmal. Ich bin voll zerfetzt. Das wär's. Ein tolles Abenteuer. Geh rein. Zug. Ende. Ja, wir müssen diesen Tunnel nehmen. Rip. So viele Gegner. Ich weiß, warum ist die ganze Zeit so leck. Man hat die WM-Programm scannt. Was machst du denn da hinten? Ich hab Sachen raus. Ich fliege hier vor mich hin. Und tu chill. Alles klar. Du zu wissen, was für ein Teammate du bist. Alter, als ob das jetzt so neu für dich wäre. Nee. Ich glaub, du würdest mal aufhören, einfach durchzuspringen. Hey, ich kämpf wenigstens. Den Weg schon mal frei. Ich kämpf alles andere voran. Noch eine Energiebarriere. Unglaublich mit dir. Ich weiß, ich bin so unglaublich. Ah. Ich guck grad dein Schwert nachladen. Aber es ist No, Not November. Das weißt du schon, ne? Was? Es ist doch No, Not November. All muss einen Weg gefunden haben, das Licht des Reisenden anzuzapfen. Das ist die einzige Erklärung. Wofür, dass er unglaublich viele Truppen hat? Wenn er das Licht an sich hat, dann ist alles verloren. Ja, ich bin schon ein bisschen weit weg, ne? Ehh... Ehh... Eh... Ehh... Ist das dein fucking ernst? 70 Hunden hast du dir angegriffen, ne? Kann doch nicht so schwer sein, ein paar Wauwies zu töten. Du bist einfach weiter geraten. Natürlich greifen sie alle mich an, so 20 Hunden auf einmal. Vor allem sind ja noch 5 oder 15 Stück oder so an mir vorbeigelaufen, ne, zu dir. Ja, klar! Und dann am Ende waren es halt nur noch so 5 und die hab ich dann getötet. Nein! Nein! Bin, bin, bin! Was? Das Schlauchboot. Das ist übrigens gerade die Titanic, die haben sie aus dem Weg gefällt. Hast von der Titanic 2 jetzt mitgekriegt. Da gibt's Leute, die denken genau die gleiche Route, genau am gleichen Punkt unter. Warum? Sollte sie? Weiß nicht, Eisberg. Klar, weil man die heute auch genauso scheiße nur entdecken kann wie damals. Eisberg! Noch ne Zwischensequenz? What the fuck? Das interessiert mich doch alles nicht mehr. Wahrscheinlich eh nur irgendwas, was das DLC teased. Kaufe unseren Scheiß. Ich hab jetzt nen Black Screen. Jo, ihr auch. Aber mitten, mitten einfach abgebrochen. Achso, das bricht mich auch. Hä? 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 Ähm. Hoppala! Dann musst du wohl nochmal durchspielen. Was der! Da! Der! куhaha! Oh nein. Hä? 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 Hö? 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 Oh Gott.